Let's go! Musik online kaufen ist auch Platz sparen als CD, ach quatsch. Ich bin nur kein Fan von online, wie bei, wie online kaufen, wie bei Games. Ja genau, digital ist nicht so ein Ding. Ei! Gib mir die Wumme, die Wumme ist da, so. Okay, direkt zum Schlüssel laufen, hat sie gesagt, so. Wo war der Schlüssel normal? Der war da vorne oder so, ne? Ähm. Ich überlege gerade, wo er war. Also ich, ich meine, ich kann ihn ja verletzen, so viel wie ich will, theoretisch. Also, es wird ihm nur scheißegal sein, glaube ich. Es wird ihm nur scheißegal sein, glaube ich. Äh, war das nicht hier? Ey, wo war der, wo war denn der Schlüssel normal? Der war doch hier irgendwo, ich bin doch nicht blöd. Ach komm schon. Lass mich lo- Au! Der Schlüssel war doch hier irgendwo, ich bin doch nicht blöd. Ey, ich hab doch letztens den Schlüssel hier. Wo hab ich denn jetzt den Schlüssel gesehen? Also, jetzt bin ich aber gerade echt dämlich. Wo war denn dies? Auch nicht ganz das, was ich wollte, aber okay. Das war jetzt geblockt. Okay, das war gut geblockt. Tatsächlich. Alter, bin ich jetzt doof. Ich bin jetzt total verblödet gerade, oder? Also, ich bin jetzt gerade total verblödet. Ich seh ihn nicht. Lass mich. Du dumme Nutte, Alter. Ich hab ihn noch nicht, oder? Ohne Schlüssel geht gar nichts. Okay, cool. Ähm. Das macht mich grad so ein... ...ganz klein wenig medt, weil ich den Schlüssel gerade nicht finde. Warum finde ich den scheiß Schlüssel? Ich bin nicht... Ist hier jetzt so blöd, mir den Schlüssel zu finden, regt mich gerade auf, Alter. Das regt mich gerade übel auf. Oh, dann muss ich mir den Schlüssel von ihmchen nehmen. Ähm. Das ist neu, oder? Hat ich so auch noch nicht gehabt, glaub ich. Lustig. Muss ich sagen, das find ich jetzt irgendwie witzig. Muss ich sagen, das find ich irgendwie faszinierend. Ja, versuch's doch. Ich find das gerade unterhaltsam, wie er sich hier... Oh, hi. Wie schön, oder? Sehr schön. Was ich angestellt habe, ja. Sehr gut, Jack. Lass mich los. Lass mich los. Lass mich los. Ei. Ah, scheiße. Ich glaub, ich habe jetzt 20 Alben, äh... ...bei Amazon digital gekauft und der Xbox... ...und auf der Xbox... ...habe ich so um die 30 Spiele digital. Ich kauf nicht gern digital, ganz ehrlich. Mighty! Schluss damit, die Poster runterzureißen. Oh Gott, das hat er jetzt eigentlich ein Problem mit den Postern. Ich kauf nur noch spezielle Spiele und Musik. Äh, nur noch auf CD und Blu-Ray. Ist auch günstiger. Ich weiß die nicht. Aber das ist nicht platzsparender. Für die Konsole zumindest nicht. Ich kaufe eh nicht so viele CDs von, äh... Daher kann man nicht, äh... ...von Platzproblem sprechen. Das stimmt. Schauen wir uns hier richtig ziemlich zufrieden mit dem Verkäufen von der Tag. Ja, wieso auch nicht? Ich meine, ist ja auch nicht schlimm. Ist ja... Ist ja auch super eigentlich. Läuft sich auch gerade ganz gut für den. Ähm... Machen wir es mal auf. Keine PS4. Win. Keine... Ich könnte durchdrehen. Ich hab mich gerade so krass, äh... Ich bin grad so bescheuert gewesen. Das gibt's nicht. Ich hab gewusst, dass der Schlüssel da drin ist. Ich hab gewusst. Ich bin noch nicht schnell genug gewesen, um diesen Blödsinn... Um diesen dreckigen Scheiß Dietrich zu verwenden. Oh mein Gott. Um Himmels Willen. Ja, wie wär's? Drehen wir ne Runde. Drehen wir noch ne Runde. Komm. Drehen wir noch ne Runde. Warum nicht? Klar. Das Auto ist ja nicht Schrott. Nein. Wir können sicherlich noch ne Runde damit fahren. Meine Güte. Es ist nur gerade in die Luft geflogen. Yay. Wunderbar. Ehrlich. Wunderbar. Ja, komm.